Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Eep. Ja, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob wir da nicht nochmal irgendwie was machen können. Dass Gary in den Raum ganz rein kann. Nee, jetzt sind alle an. Jetzt sehe ich das richtig. Aber wäre es dann nicht sinnvoll, wenn ich es in die andere Richtung drehe? Also sowas ja am Anfang. Dass es dann jetzt ganz aus ist. Nee. Hm. Das sind die Stacheln von vorhin, also sind sie auch hier. Jetzt kommt es nur aus Grün. Okay, ich komme da so nicht durch. Game over. Aber die Musik ist schön. Ich gebe nicht auf. Hm. Noch mehr von denen. Im Geheimgang gibt es hier auch nicht. Nee. Hm. Hey, bist du auf Schatzsuche? Ich möchte auch spielen. Ich war doch vorhin noch hier drüben, oder nicht? Hm. Ich frage mich, ist das eine Palette? Hm. 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 Hm, hm, hm. Hm, 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 hm. Die ist noch versperrt. Kann ich damit irgendwas machen? Das übrig gebliebene Schlangengemälde. Kann ich hier noch irgendwas machen? Nee. Hm. Ich kann hier nochmal zurück und die Puppe ist jetzt auch nicht mehr da. Hm. Sehr, sehr, sehr seltsam. Kannst du sie nicht mehr bewegen. Also die Ranke ist ja weggegangen als ich den Mond da in den Boden versenkt habe. Das bedeutet ich muss jetzt irgendwie die anderen Ranken wegbekommen. Ich meine von dem Jongleur. Ich speichere jetzt kurz. Ähm. Ich speichere nochmal mit dem Jongleur. Eine Stimme kommt vom Gemälde. In welchem Jahr wurde ich geboren? Ja. Ja. Nein. Ich wollte keinen Screenshot. Ähm. Ja. Jetzt weiß ich immerhin, wo ich weitermachen muss. Okay. Äh. Dann nochmal laden. zu Ip hoch. Den habe ich total vergessen gehabt. Und dann hier auf die J-Seite. 6, 2, 2, 3. Was für ein seltsamer Jahrgang das auch immer sein mag. Aber. Ähm. 6, 2, 2, 3. Korrekt. Und es hat mir jetzt nur den Ball gebracht. Toll. Ähm. Ähm. Ja. Die Tür ist immer noch zu. Hm. Ein bisschen spät darüber nachzudenken. Aber ich hoffe, ich brauche den Regenschirm nicht hier irgendwo. Ja, das hoffe ich auch. Hm. Bücher rauszunehmen ist verboten. Ver- verboten. Hm. 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 Ich meine, ich habe jetzt vier. Ich brauche aber noch sieben. Also noch drei. Hier ist noch eine Kugel. Und... Vielleicht ist da unten noch eine Kugel. Ich weiß es nicht. Ich sehe da ja nicht hin. Möglicherweise. Aber ich kann hier ja nichts... Nichts ausmachen. Also wisst ihr, wie ich meine? Da geht es ja nur zurück. Steht da irgendwas anderes? Nimm mich. Mhm. Wenn er das einfach mitnehmen würde und damit die... die Ranken hier anleuchten würde. Aber... Oder kann ich vielleicht mit Ip und Mary hier irgendwas mitnehmen? Aber es sieht nicht so aus. Das ist der Weg, den wir gekommen sind. Gehst du zurück? Können wir ja nicht. Und wir haben hier aber halt auch kein Gemälde, das irgendwie... an den Mond erinnert. Also... da ist die Lady, da ist der Jongleur und da war der Fisch. Also... Hmm. Ich dachte, wir hätten das hier verändert. Ach, egal. Du und die Schildkröte starrt euch für eine Weile an. So, und jetzt kommt ja aus den Roten wieder was raus. Aber ich habe ja keine Möglichkeit, die Stacheln hier wegzukriegen. Ich meine, könnte ich die Stacheln hier wegkriegen, dann könnte ich da runterlaufen und den Ventilator da rein machen. Aber... Okay, ich suche hier mal noch ein bisschen rum und melde mich dann bei euch, wenn ich wieder irgendwas gefunden habe. Weil ihr braucht mir ja nicht beim Rumirren zuschauen. Bis dann, wenn ich gefunden habe.